Ich mag ihn nicht. Du müsst ihn nicht mögen. Wir müssen nur das tun, was uns gesagt wird. Ist er ein Amerikaner? Das ist doch egal. Kannst du nicht einmal die Dinge so akzeptieren, wie sie sind. Untertitelung des ZDF, 2020 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 I mean, why is this such a big deal? Why are you allowed to fuck around and I'm not? Because we don't want you to get hurt. Who's we? You could get hurt too. What's the difference? Maria, warte! Wo gehst du? Maria! Maria!